Für die Steigerung der Umsätze im Händlerbetrieb haben Serviceberater die Möglichkeit, mit dem Kunden eine Nachverfolgung aller empfohlenen Arbeiten durchzuführen, die zum Zeitpunkt ihres ursprünglichen Fahrzeugservice abgelehnt oder verschoben wurden. Ich werde Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Wir beginnen, indem wir hier auf die Registerkarte Nachverfolgungen klicken. Sie können sehen, dass alle geplanten Nachverfolgungen zusammen mit dem Fähigkeitsdatum, dem Namen des Kunden und dem Wert der Arbeit aufgelistet sind. Alle Arbeiten, die das Fähigkeitsdatum überschritten haben, werden rot angezeigt. Sie sehen auch, dass wir die Liste mit dem Dropdown-Menü filtern oder mit dem Kalender einen Datenbereich eingrenzen können. Wenn Sie über E-Mail oder SMS-Funktionalität verfügen, können Sie ganz leicht mit diesen Schaltflächen eine Erinnerung an Ihre Kunden senden. Um eine Nachverfolgung zu öffnen, klicken Sie einfach hier. Sie werden die Kontaktdaten des Kunden bemerken sowie eine Aufschlüsselung der Daten, Beschreibungen und Werte für jede Arbeitsposition der Nachverfolgung. Sie können den Kunden direkt aus diesem Bildschirm heraus kontaktieren. Oder Sie überprüfen den vollständigen Verlauf des Auftrags und das Angebot, bevor Sie den Kunden kontaktieren. Öffnen wir also einmal dieses Angebot. Sie können alle Kundeninformationen, eine Liste der zusätzlichen Arbeit die bei der Inspektion ermittelt wurde, und den Autorisierungsstatus sehen. Die verschobene Arbeit wird wie hier, mit dem Grund für die Ablehnung und dem Datum der Erinnerung für die Nachverfolgung angezeigt. Nun sind wir mit dem gesamten Auftrag vertraut und bereit, den Kunden zu kontaktieren. Wir kehren zur Registerkarte Nachverfolgungen zurück und kontaktieren den Kunden, um zu sehen, ob mit der verschobenen Arbeit fortgefahren werden soll. Von hier zeichnen wir die Antwort des Kunden auf. Wir beginnen damit, eine Arbeit zu übernehmen, abzulehnen oder zu verschieben, indem wir hier ein Kontrollkästchen aktivieren. Klicken Sie anschließend auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie ein Element aus. Wenn der Kunde eine Arbeit ablehnt, wählen Sie einen Grund, der am besten der vorliegenden Situation entspricht, und klicken anschließend auf Ablehnen. Falls Sie alternativ die Nachverfolgung verschieben müssen, fügen Sie ein neues Datum ein und klicken Sie auf Nachverfolgung verschieben. In diesem Fall hat sich der Kunde entschieden, die gesamte Arbeit zu akzeptieren. Wir klicken also auf Übernehmen, um die Arbeit zu akzeptieren. Klicken Sie alternativ hier, um die Arbeit zu akzeptieren und einen neuen Termin anzulegen. Alles was Sie nun noch tun müssen, ist ein neues Datum und eine neue Uhrzeit zu planen und anschließend auf Fertig zu klicken. Dies weist dem Nachverfolgungstermin automatisch eine neue Auftragsnummer zu. Um die Aktualisierung anzuzeigen, klicken wir auf die Registerkarte Nachverfolgungen. Hier können wir sehen, dass der Status der Nachverfolgungsarbeit mit der neuen Auftragsnummer auf akzeptiert gesetzt wurde. Außerdem wird angezeigt, wer die Aktualisierung vorgenommen hat. Schließlich werden die Arbeitspositionen der Nachverfolgung, wenn sie von Ihnen als akzeptiert, abgelehnt oder verschoben markiert wurden, automatisch in den Bildschirm abgeschlossene Nachverfolgungen verschoben. Auf diesem Bildschirm, sehen Sie eine Zusammenfassung der Kundenangaben, Auftragsdaten und das Ergebnis. Ein herausragendes Merkmal des Systems ist es, dass alle diese Nachverfolgungsinformationen, in die Leistungsberichte Ihres Händlerbetriebs eingehen. Durch Überprüfung und Verfolgung Ihrer geplanten Nachverfolgungen, haben Sie Zugang zu einer leistungsstarken Funktion, die Ihnen beim Aufbau von Kundenzufriedenheit und Stärkung der Kundenbindung behilflich ist.